ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wäre so schön gewesen. Den einfach mal zu überfahren. Ups. Hehe. Ich kann mich nicht des Verdachts erwehren, dass der doch noch hier irgendwo ist. Hier war er, glaube ich, ne? Aber egal. Scheint er jetzt nicht mehr zu sein. So, dann machen wir mal kurz ein bisschen Selbstmord. Diese Dinger sind das beste Selbstmordwerkzeug, was es in Battlefield gibt. Schön, ein bisschen Forza oder sowas. Hm. Es ist immer wieder das gleiche in diesen Dingern. Wofür bauen die auch echt so eine schnellen Dinger hier auf der Karte ein? Bus überall. Der war tatsächlich noch da, ey. Ich flipp aus. Wetten, das ist der Joschen, den wir hier gleich töten? Nach Möglichkeit. Also. Na. Na. Sie ist tatsächlich. Der war tatsächlich noch da. Ich raste aus. Mann, habe ich schlecht geschossen, ey. Nicht zu fassen. Nicht. Zu. Fassen. Naja. Man kann nicht immer gut spielen, wa? Hehehe. I have a missile launch. Impact to follow. Wupp, bop, 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 bop. Warten. Nicht getroffen? Hallo. Oh Nein Alter dieser Typ Der Typ nervt mich gerade richtig Der Typ nervt mich gerade richtig Dieser scheiß Pisser Jetzt ist er da Hm So ist er tot Der Mann Dreh dich Wieso drehen sich die Dinger manchmal plötzlich so langsam Obwohl nichts passiert ist Drehen sich die Dinger plötzlich nicht mehr Ist echt unfassbar ey Voll zum Kotzen Unten steht ein LAV Alles klar Ich färde nicht zurück ey Das ist erstmal die Seite des Hauses eingebrochen Was ist jetzt hier los Komm wieder klar FPS Alter Schwede Ihr kriegt euch mal wieder ein Ist das schon down? Klang ein bisschen so Wer schießt hier Und warum Oh Hm Gerade rastet mein Bildschirm wieder richtig aus Gescheuerte Bug ey 3D Nicht 3D 3D Nicht 3D Könnt ihr mal ne 3D Brille aufsetzen Vielleicht funktioniert es ja Vielleicht funktioniert es ja Aber soweit ich weiß nicht Oh Ah Was Fuck Weil irgendjemand hier gerufen hat Wait I need a ride Wollte ich mal schnell noch warten Und bin stattdessen nicht über den Fluss gehüpft Echt toll Was Like was verpasst Ey So Wie viele Tickets Ach wir haben nur noch 159 Tickets Mensch wir verlieren ja sogar Meine Fresse sind wir schlecht Das war mir ja gar nicht Klar Ist schön Weißt du mal Ich einmal ein bisschen was anderes als Punkt einnehmen Und schon verliert mein Team Es ist immer das gleiche ja Rache Können wir das nur umdrehen Nö Können wir nicht Glaub ich Deswegen ist es nicht so richtig Aber egal Ich werde jetzt mal nur noch den Punkten hinterher rennen Also den Flaggen Und dann schauen wir mal Vielleicht schauen wir es ja doch noch Man weiß es nicht Danach direkt zu Bertha Bum 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 So jetzt ticken zumindest unsere Punkte schon mal nicht mehr runter durch die Flags Denn das passiert erst ab 3 Warten ich hab doch Ach diese Ding Ey Was war das jetzt noch Diese Artillerie So Bertha wird eingenommen von uns Das ist gut Dann würde ich einfach mal sagen Hier kommen So ein bisschen zu Fuß Hier zu Bertha Da hast du ein Heli Vielleicht da so hin Das ist gerade eine Kugel neben mir eingeschlagen Ich hab es ganz genau gehört Hat Blub gemacht Okay oben war noch jemand Ey Hinten ist noch jemand Alter Dieser Typ hier Wer war denn das hier Alter Wieso Also aus meinem Team Wer war denn das Wieso hat der überhaupt Der hat ihn überhaupt nicht registriert Nein der ist nicht da Wen ich nicht sehe Der kann mich auch nicht sehen Ich halte mir einfach die Augen zu What the fuck Festgefahren Hier Nein 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 Oh Fuck Geht hier ab Oh da ist ein Heli Ja Wie geil Wie geil Wie geil Nicht zu fassen ey Nicht zu fassen Schön Das war schön Ein Schniper schneibt Ein Fußgänger läuft Noch ein Schniper schneibt Immer mehr Schniper schneipen Sind nochmal meins Kann eigentlich nicht sein Rittet der rittet Oh Ist er tot Sieht so aus Ist ja schon mal wat Aber gewinnen werden wir Das auf jeden Fall Nicht mehr Oh Hier ist irgendwie jemand So Zack Ich muss den doch Irgendwie nochmal treffen Hier Oh Das war ne Palme Verdammt Darkstay Bleib stehen Du Lkw Drecksding Boah Ich wurde markiert Ich wurde markiert Hochschnellschnellschlitte Nein Ich wollte geradeaus steigen Ich wollte geradeaus steigen Fuck 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 Es wäre so schön geworden Ey Ich hatte so einen Ich hatte so einen schönen Plan Vor Augen Aber er wurde mir brutal Aus den Augen gerissen Ne vor den Augen Weggerissen Weil Ich hatte ihn ja nur Vor den Augen Und nicht in den Augen Da ist ein Boot Da ist ein Boot Da hinten ist ein Jet Abgestürzt Da ist ein LAV Und eine Mine Und ein Fußgänger Alles haben wir da Nur niemanden von uns Oh Ach man ey Wieso musste ich denn da Feuer schon beschossen werden Eins gegen eins Hätte ich gegen den Snaper gewonnen Das ist eine ganz klare Sache So Hallo Sniper Na Was geht Fuck 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 Er fährt einfach weg Der Arsch Einfach so Ohne mich Um Erlaubnis zu fragen Hier ist ein bisschen Kriegmacht Ich meine Warten Die RPG ging doch noch raus Dass die immer aufhört Zu fliegen Sobald man tot ist Das ist auch ein Bug Der behoben werden muss Dringend Und falls das Absicht ist Das ist absolut sinnlos Also sinnfrei Das macht absolut Versteht ihr was ich meine Das ist absolut bescheuert Was steht hier oben rum Anstatt irgendwann mal runter zu hüppen Um mal den Punkt hier unten einzunehmen Oh Fick dich Mann Ist mir ehrlich Hm Alter ey Ich glaube das nicht man Jetzt hänge ich immer 5 Sekunden oben rum Und schon bin ich Opfer des Fahrstuhls Das habe ich zum Kotzen So War doch nochmal ein schöner Abschluss Und damit Ist diese wunderschöne Runde auch vorbei Mein Team hat gar nicht so gut gespielt Zumindest so Drei Viertel der Runde Etwa toll Etwa schön Etwa sensationell Okay Dann Das ist nicht möglich Ich versuch es Wie Carlos Verndel Und Es IT Du hast mich Ich trot Die Das ist Dasssti Ich Untertitelung des ZDF, 2020